So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke und ihr habt gesehen, für das nächste Level-Up gibt es eine Spezialforschung. Also auf Level 43 gibt es eine Spezialforschung, wo ihr unter anderem auch 430 Pokémon fangen müsst, genau. Wo ihr 14 Eier brüten müsst und 43 Pokémon pushen, also 43 Power-Ups durchführen. Das ist ja was anderes, ob man 20 Mal das gleiche pusht oder 43 verschiedene. Ich habe mir gedacht, wegen den Eiern, ich mache so ganz schlau nochmal eine 9er Ladung 12 Kilometer Eier rein und mache die jetzt im Video für euch zusammen auf, sodass die Aufgabe mit den Eiern jetzt hier in diesem Video fertig wird. Da haben wir ein Unratütox. Ihr seht, brüte 14 Eier aus, ist gerade fertig geworden. Leider ist der Tag-Button an der Stelle, wo sonst der Bewertungs-Button ist. Man drückt automatisch immer da oben drauf, was total behindert ist. Aber egal, das ist ein schlechtes. Ihr würdet sagen, war es das Beste, was ich je hatte. Ich brauche es theoretisch nicht. Ich sammle ja nur Hunderter. Die Bonbons nimmt man natürlich auch gerne mit, damit man das Hunderter entwickeln kann, wenn man es hat. Dann haben wir hier ein Absol, 27 Absol-Bonbons und wir können auch darauf achten, ob wir XL-Bonbons bekommen. Das ist ein 96er. Ich habe jetzt leider kein Sternenstück an und wir können darauf achten, ob wir vielleicht diesmal Garnoville bekommen. Das habe ich nämlich immer noch nicht gebrütet. Aber egal. Wir haben ein Unratütox. Wir haben ein Absol. Wir haben ein zweites Absol. Wir haben hier ein Absol-XL-Bonbon bekommen. Jetzt habe ich gar nicht auf den Staub geachtet. Ein Hoh... Okay, alles klar. Ein Hunderter ab... Ein Hunderter. Ein Hundert Prozent Absol. Sehr schön. Habe ich, glaube ich, noch nicht gehabt in Hundert. Nehmen wir mal mit. Hundert Prozent Absol. Das hat sich also gelohnt. Ahu. Aber wir brauchen eigentlich Garnoville. Ich brauche Garnoville-Bonbons. Obwohl, vor den anderen zwei brauche ich auch noch ein paar Bonbons, weil ich da ja trotzdem männlich, weiblich und so weiter entwickeln muss. Wir haben hier noch ein Unratütox sogar mit zwei XL-Bonbons. Sehr schlechten EV sogar. Wir gehen weiter. Wir haben das nächste. Das müsste jetzt das fünfte Ei sein. Zweimal Absol, zweimal Unratütox. Bei dem einen... Ja... Das ist natürlich das häufigste. Es ist Galük, aber auch zwei XL-Bonbons bekommen. EV sind okay. Ich glaube, ich hatte von dem noch keine XL-Bonbons. Ich habe insgesamt sechs. Das heißt, das müsste mindestens noch zweimal jetzt kommen in den letzten Eiern. Das ist natürlich schlecht, wenn das schon alles vorher verrät. Wir gucken trotzdem mal. Ein Zurokex. Auch mit XL-Bonbon dabei. Leider nicht so gut. Könnte auch besser sein auf jeden Fall. Es ist natürlich schade trotzdem um den Sternenstaub, dass das jetzt alles vorbeifliegt, ohne dass man da ein Sternenstück drin hat. Noch ein Zurokex. Beziehungsweise vielleicht hatte ich doch schon XL-Bonbons von dem Skalük. Hier auch ein XL-Bonbon und ein... Und 32-Normale. Genau, deswegen haben wir jetzt auch zwei... Ne, drei XL-Bonbons. Ich blicke nicht durch. Ich glaube, ich habe eine Ladung wohl off-video, offline, off-beat gemacht und kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir haben immer noch kein Garnowell gebrütet. Noch ein Zurokex. Okay, dann kommt das dritte Bonbon wahrscheinlich. Ja, von ihm. Noch ein Zurokex-Bonbon. Kein Hunderter, aber Hunderter Absol. Vier, fünf, sechs, sieben. Zwei Stück. Ne, eins glaube ich noch. Skalük war ja dazwischen. Dann müsste das theoretisch das letzte sein. Noch ein Absol. Nochmal zwei Bonbons für Absol. Zwei XL-Bonbons. An das Hunderter kommt natürlich nichts mehr ran. Wir sind durch mit den Eiern. Diese Carlos-Event-Feier, das ist auch noch... Habe ich auch noch nicht ganz abgeholt. Müsste aber jetzt, glaube ich, das letzte Kapitel sein, oder? Wir schließen das mal ab und sind durch. Ja, jetzt sind wir durch. Hier sind nochmal Erfahrungspunkte. Das ist also das letzte Kapitel. Dann ist dieser Button auch geschlossen. Gibt es nochmal ein Glücksei. 1000-Sternen-Staub. Hier habe ich Stempel abgeholt. Hier können wir die 4300 EP abholen. Und dreimal Rauch. Plus die Power-Ups verwenden. Dafür habe ich mir hier ein paar Pokémon Push genannt. Da möchte ich nämlich noch was durchführen. Zum einen will ich meinen Hunderter Kiyurim, was ich gefangen habe, in der Raid Mania. Hier, Hunderter Wetter geboostet, das war das. Möchte ich komplett pushen, komplett maxen. Also so weit, wie es reicht. Sind 182 Bonbons, 150.000 Staub. Und wie viele Power-Ups? 3. 20. 20 Stück bei dem, der ist jetzt auf Max, auf Level 40 erstmal, mit 3.575. Dann wollte ich schon ewig mal ein Heatran pushen. Mein Bestes ist ein 98er. Und dann habe ich auch, in der Raid Mania, ein 98er Shiny bekommen. Kann ich euch hier auch nochmal zeigen. 15, 14, 15. Das wollen wir jetzt auch mal maxen. Ihr seht, 859 Bonbons. Ich habe noch kein einziges System davon gemaxed. Das nehmen wir auch hier ran. 248 Bonbons, 3.746 kommen das. 43 Power-Ups sind auch durch. Was heißt? Das Giratina brauche ich gar nicht pushen. Da habe ich nämlich ein 98er gemaxed. Und was ist das? Das ist ein 96er. 15, 15. Und als Glücks-Pokémon. Das hebe ich mir lieber auf. Das hebe ich mir lieber auf, als nochmal eine Push-Aufgabe kommt. Müssten dadurch jetzt aber hier die Level 43 Herausforderung abgeschlossen haben. Und haben einen Pokémon-Encounter, den ich nicht kenne. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Das sehen wir jetzt zusammen. Ich hoffe, es ist was Heftiges. Und es ist ein... Ein Gladiantri. Okay. Könnt ihr natürlich auch aus den 12er-Eiern bekommen. Aber ist gut, um noch ein paar Bonbons davon mitzunehmen. Wir werfen einfach mal drauf. Vielleicht ist das ja auch eins mit gutem IV. Ob ich männlich-weiblich davon habe, weiß ich jetzt noch gar nicht. Muss ich auf jeden Fall männlich entwickeln. Weiblich entwickeln. Da braucht ihr also sowieso ein paar Bonbons. Schmeißen wir nochmal. Zack. Hätten wir gleich noch einen einfach fabelhaften Wurf machen können. Haben wir jetzt auch versemmelt. Eins. Zwei. Drei ist drin. Vielleicht das nächste Hunder da. Wir gucken es uns auch mal an. Gladiantri wurde gefangen. Sechs Bonbons dabei. I.V. sind schlecht. 72 habe ich gerade mal. Ich bräuchte mindestens 100. Ich muss ja männlich und weiblich entwickeln. Achso. Und Lucky muss ich auch noch entwickeln. Ich brauche also 150 insgesamt eigentlich. Was haben wir jetzt? Er käst wieder rum. Obwohl wir doch eigentlich fertig sind. Wie? Die Spezialforderung hat auch mehrere Kapitel. Besiege 43 Team-Go-Rocket-Rübel. Gewinne 14 Raids. Digga. Verwende 43 goldene Himi-Bären beim Fangen von Pokémon. Okay. 43 goldene Bären. Natürlich. Bei 5er Raids oder so. 14. 5er Raids. Das wird spätestens am Mittwoch in der Raid Mania wohl wieder fertig sein. 43 Rocket-Rübel. Mach mal nebenbei. Aber was wir heute noch machen wollen ist der Levelaufstieg auf Level 44. Ich habe wirklich gedacht, das ist nur diese eine Seite. Das überrascht mich gerade. Finde ich aber cool, dass sich das noch ein bisschen zieht. Und ich euch das noch zeigen kann, wer das nicht hat. Das war nervig, diese ganzen Trainerkämpfe. Trainerkämpfe in der Superliga, in der Hyperliga, in der Meisterliga. Und die konntet ihr natürlich mit einem Kollegen euch absprechen. Oder mit einem Zweiter Count oder so. Einer nimmt WP-10-Pogis und dann wird immer gekämpft. Und dann andersrum. Das hat also wieder nur Zeit gedauert, war aber nicht schwer. Und hier kämpfe 20 Mal in der Go-Kampf-Liga. Das ist theoretisch auch nicht schwer. Denn es steht ja nicht da, ihr müsst 20 Mal gewinnen. Ihr müsst nur 20 Mal kämpfen. Wenn ihr reingeht und den Kampf direkt verlasst, zählt das nicht. Es zählt aber, wenn ihr reingeht, verliert, dann zählt das trotzdem, als ihr habt gekämpft, aber halt nicht gewonnen. Ich versuche jetzt trotzdem mal kurz ein 5er-Set zu machen. Wir versuchen einfach, die 2 holen das ab und die restlichen können wir ja dann noch machen. Ich muss immer schauen, wen habe ich hier eigentlich mit reingenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte Mantax auf jeden Fall immer als erstes. Ja, Mantax hatte ich. Ich hatte Azumarill auf jeden Fall immer drin. Und als letztes hatte ich, glaube ich, das, wo ist es denn hier, SSS, genau, war für Superliga. Wir machen jetzt auf jeden Fall die 2 Kämpfe. Dann den Levelaufstieg. Dann können die Leute, die sagen, okay, sie haben alles gesehen, was sie sehen wollten, das Video beenden. Und die, die sagen, sie wollen gucken, wie die restlichen 3 Kämpfe von dem 5er-Set verlaufen, die können auch bis zum Ende bleiben. Ich mache also insgesamt ein 5er-Set, aber nach den 2 Kämpfen, egal ob gewonnen oder verloren, gehe ich erstmal raus. Wir haben jetzt hier Mantax natürlich nicht sehr effektiv gegen mich. Das sieht gut aus. Ich mache sowieso Mantax eigentlich immer in die Führung, um erstmal den Angriff des Gegners zu schwächen. Der Gegner weiß meistens sowieso nicht, mit was ich angreife. Schildert beim ersten Mal. Wie hier auch, obwohl es nur Blubbstrahl war. Jetzt sinkt sein Angriff. Und als zweites würde ich natürlich Eisstrahl draufgeben. Wenn er jetzt, obwohl Eisstrahl, vielleicht ist Eisstrahl auch Verschwendung. Ich meine, der hätte eh effektiv getroffen. Vielleicht hätte ich den Eisstrahl, normalerweise mache ich so, ich mache einmal Blubbstrahl, dann schilden die nicht. Dann mache ich Eisstrahl und dann sind die auf einmal tot und wissen gar nicht, warum. Den lassen wir durch. Die meisten denken, der hat eh nur Blubbstrahl. Und dann kommt Eis und hau die komplett weg. Jetzt ist es aber anders. Jetzt wäre es wirklich schlauer gewesen, zweimal Blubbstrahl zu machen, weil das eben auch schneller geladen war. Hier beim nächsten, wieder egal was kommt, erstmal den Angriff schwächen, dass das euch nicht so hart trifft. Vielleicht können wir ja trotzdem noch ein Schild von ihm rauslocken. Mal gucken, wie er reagiert. Er schildet. Wunderbar. Schaffen wir noch einen Blubbstrahl, bevor wir umfallen. Wir nehmen mal noch einen durch. Hier hätte ich jetzt wieder gedacht, dass Eis vielleicht besser wäre gegen so ein fliegendes Gesocks, Gesocks, aber der Blubbstrahl, der zieht trotzdem eigentlich ordentlich ab. Und er hat nochmal den Angriff geschwächt. Dadurch, dass er fliegt, Wasser, Eis, können da, wir nehmen mal, wir nehmen mal unser Dioxis. Ja. Das Dioxis hält ja einiges aus, obwohl ich jetzt schon sehe, er ist sehr effektiv gegen uns. Hm. Silberhauch. Wir schilden mal. Der hätte nämlich voll reingehauen und ich hoffe, der fällt schnell um. Schnell, mach einen Steinhagel oder irgendwas, bevor der dich weghaut und hoffentlich ist der nächste Gegner, der letzte, den er da noch da hat, nicht so effektiv gegen uns. Also Steinhagel drauf. Einmal weggehauen. Ich kann eigentlich das Kabel hier auch rausziehen, das stört eigentlich nur. Was ist denn? Hau doch jetzt hier sehr effektiv, nur weil es fliegt. Wir haben noch ein Schild übrig, ja? Wir haben noch ein Schild und wir haben noch ein Azumarill, ein volles, was wir noch nicht eingesetzt haben. Und er hat noch ein Traunfugil. Äh. Keine Ahnung, Geist. Wir hauen einfach wieder Steinhagel drauf, weil es voll ist. Ihr seht, der Ramses ist kein Experte, der Ramses ist einfach nur ein normaler Pokémon-Spieler, der gerne Pokémon spielt, der einfach viel lernen muss, viel ausprobiert. Es nervt ein bisschen, dass das alles so ewig leh die ganze Zeit. Man könnte denken, der Gegner ist gar nicht mehr da, oder? Macht er überhaupt noch Schaden? Nö. Entweder hat es sich bei ihm aufgehangen, keine Ahnung. Da können wir ja jetzt mal erwarten, bis Donnerblitz voll ist. Können wir Donnerblitz draufhauen, ne? Cheatet ihr auch immer und wartet, dass die Gegner rausfliegen und macht die dann kaputt. Und tut so, als hättet ihr voll das Know-How in der GBL. Zwölf Minuten aufgenommen, okay, so circa 15 Minuten wird es wahrscheinlich sein, bis das Level abkommt. Wer dann keinen Bock mehr hat, kann das Video beenden. Wer noch Bock hat, der guckt halt die restlichen drei Kämpfe noch an. 19 mal GBL. Wunderbar. Ist der erste Kampf auch in diesem Set. Das heißt, wer fertig guckt, erlebt vielleicht sogar noch die Pokémon-Belohnung, falls wir drei Kämpfe gewinnen. Christian Thor Super. Jetzt muss ich das wieder kombinieren, dass ich das nächste Spezialkapitel löse mit dem nächsten Levelaufstieg. Aber dann kommt ja irgendwann auch schon wieder die nächste Spezial- Herausforderung bei, ich weiß gar nicht bei was. Bei was denn? Wir waren jetzt bei 43, bei 46 glaube ich und bei 48. Wer das weiß, bei welchen drei Leveln es die Spezial- Herausforderung gibt, schreibt es mal rein. Auf jeden Fall die erste bei 43. Und es sucht. Ich bin Rang 2, er ist Rang 4. Ich muss ehrlich sagen, ich habe in dieser GBL eigentlich so gut wie noch gar nichts gespielt. Seitdem ich das Wrestler-Pikachu hatte aus dem Mini-Cup direkt, habe ich hier nicht mehr viel gemacht. Jetzt muss ich was machen. Sieht auch gut aus. Ich glaube, das ist wirklich Vorführeffekt. Andersrum. Denn gestern habe ich immerzu den Nachzügler gehabt am Anfang und jetzt habe ich schon zweimal was, was mir was bringt und dem Gegner nicht. Knochenkeule macht auch nichts. Wir kommen mit unserem Blubstrahl. Der schildet sicherlich oder er lässt durch. Auf jeden Fall würden wir sehr effektiv treffen oder ihm ein Schild rauslocken. Ist auf jeden Fall beides gut. Wir machen auch weiter. Egal was er hat. Er hat jetzt hier ein bisschen Pflanze. Das ärgert mich jetzt eigentlich. Ne, wir werden den mal ab. Wir versuchen diesen Überraschungsmoment, dass er denkt, wir machen Blubstrahl, machen aber Eisstrahl. In der Hoffnung, dass er Blubstrahl nicht schildet, wir aber Eisstrahl einfach durchbringen. Oder er schildet nochmal. Schade. Schade, schade, schade. Das hätte jetzt gesessen. Überraschungseffekt leider nicht gelungen. Wir lassen den jetzt trotzdem mal durch hier mit seinem, mit seiner Laubklinge. Vielleicht überleben wir es trotzdem. Hm. Schaffen wir nochmal ein Eisstrahl vielleicht. Bevor er was macht. Leider ist er zuerst dran. Deswegen, ich schilde jetzt einfach, damit ich wenigstens den Eisstrahl noch durchbringe. Sonst bin ich nämlich tot. Und der Eisstrahl war umsonst. Und das Eis müsste auf jeden Fall dieses Pflanzen-Pokémon, was es glaube ich hoffentlich ist. Effektiv treffen. Oder? Haut drauf. Sehr effektiv. Er ist weg. Kommt er mit dem vorherigen wieder rein? Kommt er. Vielleicht schaffen wir sogar nochmal den... Nee, schaffen wir nicht. Egal. Manntags weg. Aber wir haben ja noch Azumarill. Was er sowieso auch... Ey, wir leben noch. Aber wir schaffen trotzdem keinen Blubstrahl. Wir haben also noch Azumarill, was ja auch wieder effektiv gegen ihn sein müsste. Und seine Attacken uns eigentlich nicht so viel anhaben. Schilden können wir nicht mehr. Wir halten aber einiges aus. Das heißt, er kann ruhig angreifen. Da dürfte jetzt nichts Großartiges passieren. Knochenkeule macht kaum Schaden. Wir machen weiter Azumarill gegen Azumarill. Das heißt, wir gehen auf Knuddler. Nicht Eisstrahl machen. Bei Azumarill einfach Knuddler nehmen und freuen, dass ihr vielleicht länger durchhaltet als er. Denn vielleicht hat er nur Eisstrahl. Eisstrahl. Ihr seht, ein Angriff. Er hat weniger als ich. Seins können wir sowieso nicht schilden, aber wenn er nicht gerade Knuddler hat, haben wir sowieso den Vorteil. Wenn er mit Eisstrahl jetzt immer angreift, selbst wenn er mit Knuddler angreift, das ist wieder so ein LKW fahren. Ne, er hat nur Eisstrahl. Das ist wieder so ein LKW rennen, dass beide sich gegenseitig hier mitgeben und es sich ewig zieht, weil beide sehr standfest sind und beide ist nicht sehr effektiv, aber Knuddler haut einfach um einiges mehr rein. Ich würde noch einen Eisstrahl von ihm überleben, er würde aber keinen Knuddler von mir überleben. Das ist das Gute. Er versucht es trotzdem weiter. Eigentlich hätte er schon rausgehen können, weil er kann es nicht mehr gewinnen. Es tut mir leid, Bro, aber du schaffst das hier nicht. Selbst wenn du jetzt nochmal durchkommst mit irgendwas, kommst du nicht. Dann war es das jetzt. Dieser letzte Knuddler, das war zu viel. Zu viel Zuneigung einfach. Das erträgt keiner, auch wenn bald Weihnachten ist. Zack. Zuneigungsschelle. Achso, er hat ja noch sein Knogger. Warum vergesse ich das immer? Was los? Aber das ist gut, wenn er jetzt seine Attacke macht, hat er hoffentlich keine mehr. Ich hoffe nicht, er hat Energie gefarmt. Und jetzt kommt das Dioxus und schlägt 2-3 Mal drauf und freut sich, dass es eigentlich standfest ist und das Knogger besiegt. Halleluja. Bitte mach nichts. Aber es ist ja egal, wie gesagt. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ähm, es ist der zweite Kampf und damit der 20. in der Go Battle League. Und das heißt, wir können trotzdem jetzt raus und können den Levelaufstieg machen. und, ja, was war es? Keine Ahnung. Wir holen jetzt hier auch nichts ab. Wir gehen direkt hier drauf, machen unseren Levelaufstieg, gucken mal, was wir hier alles... Achso, ja, der kommt ja automatisch hier. Zack. Wo ist denn der Levelaufstieg? Jetzt steht's da. Level 44. Wunderbar. Und wir bekommen 20 Bälle, 20 Tränke, 20 Beleber, 20 Bären, eine Brutmaschine, wieder ein XL-Sonderbom-Bom und ein Pass und wir gucken uns natürlich die neuen Aufgaben an. Die da wären, verdiene 20 Platin-Medaillen, war das unten, glaube ich. Besiege 100 Team-Go-Rocket-Rübel. Erlöse 100 Krypto-Pokémon. Oh mein Gott. Besiege einen Team-Go-Rocket-Boss 50 Mal. Also das wird sich schon etwas ziehen, sage ich mal. Da werde ich wohl die Rübel und die Bosse fertig machen und mich dann mit den letzten Pokémon, die ich erlöse, zurückmelden bei so einem Teil. Und ansonsten hiervon, was haben wir hiervon gehabt? Besiege 43 Team-Go-Rocket-Rübel. Das geht ja mit dabei. Gewinne 14 Raids. Gut, das wird auch gleichzeitig mit dem anderen fertig. Also das wird am Mittwoch fertig. Und verwendet 43 goldene Himi-Beeren. Joa. Gibt es also beim nächsten Mal nicht viel zu zeigen, außer die Belohnungen und ein paar erlöste Pokémon. Da können wir zusammen dann mal in dem Beutel durchschauen und erlösen. Die letzten 10 oder so. Haben wir noch ein Video. Dann habt ihr noch mal die Belohnungen. Das war's. Wie weit seid ihr? Wie geht es bei euch voran? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt muss ich aber hier mal den Aufnahmestopp suchen. Achso. Ich wollte ja eigentlich das Dings noch zu Ende machen. Gut. Und die, die jetzt nicht abgeschalten haben, die noch hier sind, mit denen können wir jetzt noch die letzten drei Kämpfe machen. Und vielleicht kriegen wir sogar noch die Pokémon-Belohnung. Wir nehmen natürlich wieder unser Team. Ramses, du bist aber ein Fuchs. Vielleicht kann ich auch einen Raid-Boss wieder dann mit in das nächste Video nehmen. Oder einen Raid-Direct. Und fange das dann da. Mit den letzten goldenen Bären. Das wäre auf jeden Fall eine Option, ja. Skunktank. Hm. Habe ich keine Ahnung. Lasse ich mich wie immer überraschen. Aber meine Taktik ist sowieso immer Blubstrahl kommt fast immer vor allen anderen Attacken alle anderen Pokémon und schwächt die anderen Pokémon und die meisten Schilden. Und beim zweiten schilden sie nicht mehr. Und deswegen kommt dann von mir Eis. Den seine Attacke auch. Wie ist denn das? Wenn der jetzt ausgewechselt hat, ist dann der Bonus wieder weg. Also die Schwächung des Angriffs. Hätte ich hier jetzt direkt mit Eis drauf gehen können. Ne, er wehrt hier auch ab. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch. Ich mach hier einfach mal Eis drauf. Er hat ein Unlicht und ein Wir schilden auch. Wir kennen uns ja nicht aus. Wir schilden und passen mal auf, was er jetzt macht. Finster Aura. Okay. Wäre wohl neutral gewesen. Jetzt eisen wir ihn ein bisschen ein und gucken, ob das reinknallt. Sieht gut aus. Vielleicht schaffen wir sogar noch einmal Blubstrahl, bevor er voll ist. Eigentlich hätten wir gar keinen Blubstrahl mehr gebraucht, glaube ich. Also der wäre nach noch zwei Quick Moves er wäre wahrscheinlich umgefallen. Aber vielleicht hätte er auch noch mal einen Move gemacht. Das war mir jetzt zu riskant. Und mit dem neuen muss er ja sowieso erst mal. Parasek. Parasek Eis. Unbedingt Eis, Bruder. Das heißt, schilden. Wasser bringt da nichts. Ist das Käfer, Pflanze? Nein, das ist Gift. Gift und Käfer, oder? Käfer. Draußen. Habt ihr im Sommer Käfer gesehen? Ja, habt ihr im Winterkäfer gesehen? Weniger. Das heißt, Eis drauf. Zack. Sehr effektiv. Noch zwei, drei, vier. Komm, hau ab. Und jetzt noch mal hier. Eisstrahl. Ich hab's nicht mehr geschafft. Eisstrahl weg. Ich probier's einfach mal mit dem Deoxys jetzt. So. Er ist zwar sehr effektiv, aber wir machen auch Schaden. Mal gucken, wie viel wir aushalten. Ich denke, es sieht gut aus. Es ist dein letztes Pokémon. Wir dürften also zumindest die Pokémon-Belohnung bekommen. Komm, gib auf. Du hast keine Chance. Du hast kein Schild mehr. Du hast gleich alle am Anfang rausgepulvert und beides mal wegen Blubstrahl. Was eigentlich gar keinen Schaden gemacht hätte. Großartig. Aber das... Manchmal hat man Glück, ja. Hä? Ach. Das war gar nicht tot. Er hat seinen Parasack ausgewechselt. Muss der mich so erschrecken. Zwei Kämpfe noch in diesem Video. Dann ist es vorbei. Viele fragen auch immer, kannst du mal wieder GBL zocken oder so? Also wer das Video guckt, hat sozusagen jetzt ein kleines GBL-Video bekommen. Mit einem Set, mit fünf Kämpfen, mit meinem Superliga-Team, was ich meistens so nehme. Tom-Sex-Brady. 15,56. Alles klar. Mal gucken, wann Pupsi heute kommt. Ich hätte mich schon morgen Geburtstag, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt das hier aufnehme. Jetzt würde ich auch gerne wieder... Toll. Ich wollte sagen, jetzt würde ich gerne auch wieder Eis nehmen. Aber er wechselt selber auf ein Eis-Pokémon. Jetzt habe ich keine Ahnung, was sinnvoll ist gegen ihn. Wir schwächen ihn. Alles andere ist Quatsch. Aber weil er angegriffen hat, wir angreifen, hauen wir einfach unser... Dioxys drauf. Der kann ja gerade nicht mehr wechseln. Und immer wenn er zuerst wechselt, haben wir den Nachzug und können mit was Besserem kommen. Wir sind auf jeden Fall sehr effektiv. Unser Angriff sinkt trotzdem. Elektro wäre gut gewesen. Ich gehe aber eh davon aus, dass er schildert. Also nehme ich das, was zuerst voll ist. Und er macht auch noch eine Attacke. Die dürfte aber nicht so viel machen. Wir lassen es also durch. Ich glaube, er hat auch... Er hat eh nur eine Attacke, oder? Er hat eben schon Eissturm gemacht. Er senkt meinen Angriff noch weiter. Wir sind immer noch effektiv. Kommen wir zur Elektroattacke. Er macht noch mal seins. Ich würde es jetzt aber einmal abwehren. Ich möchte unbedingt die Elektroattacke durchbringen. Weil der Eissturm kann sein, dass der mich sonst jetzt noch weggefegt hätte, ja? Das wollen wir natürlich nicht. Wir schilden also und machen unsere Elektroattacke durch. Einen Donnerblitz auf das Yugong. Er kommt mit seinem B-Bot zurück. Da jetzt noch ein Steinhagel drauf. Das wäre cool. Aber er hat immer noch ein Schild übrig. Das heißt, als nächstes gibt es wieder Eis von meiner Seite aus. Er schildet auch. Beide können Eis. Beide können Eis. Ich will aber noch nicht verraten, dass ich noch eine Art Sumerrill habe. Deswegen nehmen wir den Kollegen. Wir schilden jetzt mal. Weil das Mantax hat ja nicht so viel Verteidigung. Und versuchen jetzt, ihn mit Eis zu überraschen. Und jetzt wechselt er wieder. Und er wechselt aufs Azumarill. Junge, Junge, Junge. Das ist aber ein schlauer Fuchs. Wenn ich schlau wäre, würde ich jetzt auch wechseln auf meinen Azumarill. Und würde jetzt wieder das LKW fahren machen mit Knudler gegen Eisstrahl. In der Hoffnung, er hat kein Knudler. Er hat nur Eisstrahl. Er kämpft zuerst. Er greift zuerst an. Meins wäre fast voll gewesen. Könnte also sein. Er hat auch Knudler. Hydro-Pumpe. Haut die rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Knudler macht trotzdem immer noch mehr Schaden. Und vor allem dadurch, dass ich meinen Finger, das halbe Bildschirm verdecke, sehe ich gar nicht, wo ich überhaupt rumwische. Seine Hydro-Pumpe dürfte ich überleben. Beim nächsten Knudler könnte er schon umfallen. Vielleicht sollte ich Eisstrahl machen. Nein, sollte ich nicht. Wir sollten einen Knudler machen und dann Eisstrahl auf das Biber. Hier, das sieht gut aus. Oder ich mache jetzt Eisstrahl. Da habe ich noch ein bisschen was übrig wenigstens. Da ist im nächsten Eisstrahl schon wieder was aufgetankt. Den, der dann das, äh, den das Biber zu spüren kriegt. Ich muss jetzt nur ihn hier niederringen. Ich hoffe, der macht keine Hydro-Pumpe. Hätte ich Knudler gemacht, er wäre tot. Hydro-Pumpe. Ich habe noch Energie. Er hat auch noch Energie. Und ich bin weg. Gut. Das war nicht schlau. Er wechselt nochmal. Er macht seine Attacke. Alles klar. Hätte ich Knudler gemacht, einfach. Ja, mach doch 20 Mal Schlagbohrer. Ich meine, der bringt mich noch nicht um. Aber ich habe dann einfach nichts mehr. Kreuzschere. Gut, mach halt 20 Mal Schlagbohrer. Und Kreuzschere. Vielleicht darf ich auch einen Move machen. Wir gucken mal kurz. Wäre ich auf Nummer sicher gegangen. Das sind immer so Dinger. Leute sagen, boah, mach lieber den und nimm Energie mit fürs Nächste. Aber dann wirst du übermütig. Los, Azumaril und weg ist er. So knapp. Und gewonnen. Das war das. Das Profi, Alter. Einfach nur Profi. So macht man das. Das war jetzt der. Dritte? Vierte? Ein oder zwei muss ich noch. Keine Ahnung. Bei 20 Minuten war das Video eigentlich fertig. Jetzt sind wir bei 8. Also ich glaube, der Kampf hat sich aber so gezogen, dass ich trotzdem noch 2 machen muss. Der Malilux. Ihr kennt die Taktik. Egal was kommt. Immer Blubstrahl drauf. Zack. Hier ist der Blubstrahl, mein Freund. Zieht doch auch was ab. Also das sieht doch gut aus. Ich würde zwar gerne jetzt mit dem Dioxyser draufhauen. Aber wenn ich jetzt wechsle, wechselt er bestimmt auch. Und solange ich hier eigentlich mehr Schaden mache als er, würde ich sogar eher drin bleiben. Ich habe nur keine Ahnung, mit was er angreift. Deswegen lassen wir es mal durch. Jetzt hier Elektro. Zack. Wer kennt es nicht? Die Elektroameise. Eisenschädel. Cool. Kannst du machen. Jetzt wechselt er auf Raikou. Oh, Raikou ist natürlich, da komme ich mit meinen Wasser-Pokémon nicht so gut klar. Also wechsle ich doch mal auf Dioxys. Er hat auf jeden Fall keine Schilder mehr. Es wechselt. Achso, ich bin ja schon beim Dioxys. Ich wollte jetzt gar nicht schilden. Ich wollte mir die Schilder aufheben, ja. Stromstoß. Ja, kann er ja machen. Ist doch jetzt nicht so schlimm. Guck mal, wie gut das aussieht. Jetzt ein Steinhagel und das Raikou ist weg. Das war sein Trumpf. Sein drittes kenne ich nicht, aber Vermikula ist jetzt nicht der große Gegner. Dann würde ich wohl, wenn ich Glück habe, sogar mit dem anderen Teil klein kriegen. Das ist auch eine gute Sache. Was machen wir? Steinhagel? Oder Elektroattacken? Eigentlich ist beides effektiv, oder? Es ist ein Flug-Pokémon. Das heißt, Steinhagel trifft sehr effektiv. Elektro aber auch. Wir haben auch noch ein... Wir gehen auf Nummer sicher. Wir haben noch ein Schild. Er hat keine Schilder mehr. Schilder mehr. Stamm war. War nicht krass. Hat er schnell eingesetzt. Aber ich denke, wir kriegen den durch. Und er ist fort. Und dann holt er seine Ameise zurück. Aber die Ameise... Wir haben immer noch ein volles Azuril. Azumaril. Meryl. Wir nennen es einfach... Als alles. Egal wie. Es ist einfach dasselbe in allem. Ähm... Ja, wir probieren es nochmal hier. Wie weit war man denn mit unserem Blubber? Dass der vielleicht fix durchgeht? Ja. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr Energie gehabt. Und macht schon seine Attacke. Macht er nicht. Aber kriegt jetzt... Einfach fabelhaft. Zack. Eine auf die Mütze. Schafft er eine Attacke. Er schafft noch eine. Könnten wir sogar überleben. Und ein volles Meryl. Azumaril. Ja. Was nicht zum Einsatz kam. Azumaril. Äh... Bleibt einfach auf der Reservebank. Wird gar nicht benutzt. Du hast gewonnen. Hm. 445. Ihr seht, das ist... Das ist nix, ne? Das waren schon alle Kämpfe. Okay. Dann haben wir hier Staub. Hier haben wir ein... Oh. Aufbewahrungslimit erreicht. Schmeiß mal die blauen Bälle weg. Die braucht man nämlich wirklich nicht. Beziehungsweise ja, gleich für den, äh... Um das Pokémon zu fangen. So. Dann haben wir hier... Sinustein. Wir holen hier die Bären. Wir holen hier hinten den Staub ab. Und wir gucken uns die Pokémon-Belohnung an. Und es ist ein Tick-Tack mit Haaren. Bin ich jetzt nicht so begeistert eigentlich, aber... Gucken wir mal, wie viel IV das hat. Das Problem ist, ich habe gestern erst 50 goldene Himi-Bären weggeschmissen. Hätte ich die auf... Hätte ich die einfach verbraucht fürs Fangen. Ich habe die einfach weggehauen. Manche füttern die auch in Arena oder so rein. Ich nicht. Das ist meine eigene Schuld gewesen. 15, 11, 15. Würde ich sagen, das war es jetzt. Noch eine kleine GBL-Folge draus gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie weit seid ihr? Was fandet ihr bisher schwer? Was fandet ihr bisher am nervigsten? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.